Was geht YouTube? Mein Name ist Ermal Hüssen. Hüssen und willkommen wieder zu einer neuen Runde Clash of Clans und ja mit der Stimmtonne eher so angepisst und ja ich bin richtig angepisst und ich weiß gar nicht warum ich noch die Folge mache. Aber für euch mache ich die immer und ja ich bin richtig angepisst. Ihr seht es ja im Titel. Das geht gar nicht. Einfach ein Update. Das ist einfach das hässlichste Update was es je gekommen ist. Erstens sehen die Maulen scheiße aus. Keine Ahnung warum. Dann dieses am meisten wegen das heulich rum. Wenn ein Kleinkrieg Unschieden ausgeht dann entscheidet die Prozentzahl und ja ihr seht wir haben den letzten Kleinkrieg. Seitdem das Update raus ist verloren. Ihr seht seit drei Kleinkriegen verlieren wir und ihr seht ja gleich noch was passiert. Wir haben wegen einer Prozentzahl verloren. Ihr seht 49 zu 49 und die Gegner haben drei Prozent mehr geholt. Jetzt schauen wir mal den Kleinkrieg. Es steht 43 zu 43. Keiner mehr kann von uns angreifen. Von denen auch nicht mehr. Und wer gewinnt mal wieder in zwei Minuten? Natürlich die mal wieder. Weil die etwas. Guckt euch mal die Gesamtzerstörung. Die haben ein paar Prozente mehr. Und ja ich hasse dieses Update. Ich hasse dieses Kleinkrieg. Das ist so unnötig. Unschieden ist Unschieden. Warum soll es wegen so einer Prozent. Wichsterbums. Boah ich bin richtig angebissen. Ich habe meinen ersten Angriff auf drei gemacht. Habe ich drei Sterne geholt. Und ja dann habe ich auf die zwei angegriffen vor ein paar Minuten. Und ihr seht. Ärmer Mafia Kosova. 99 Prozent. Sogar das noch. Ich gewinne nur 99 Prozent. Wegen so einer Scheiß Bauhütte. Die ich hier recht nicht gesehen habe. Wegen ja. Wegen du eine Scheiß Bauhütte. Habe ich nicht gewonnen. Mann 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 Mann. Jetzt ohne Scheiß. Ich habe nach dem Angriff geholt. Mir kamen die Tränen raus ey. Viel Kleinkrieg hintereinander verloren. Und wie es so immer sagen soll. Und dadurch diese Scheiß Bauhütte ey. Mann ich bin richtig angepisst ne. Weiß ich ob es euch schon mal passiert ist aber. Oh das Update ist auch einfach scheiße ey. Wenn ich diesen Angriff sehe dann kriege ich Augenkrebs. Oh ich war noch nie an. Ich war noch nie angepisst. Ich war noch nie so angepisst. Das war einfach so krass ne. Da habe ich dich angepisst. Oh was mache ich da. Jetzt mache ich auszusehen so einen Scheiß Cut. Oh Leute. Sogar nicht mal aufnehmen kann ich. Nun ja jetzt kommen die ganzen Mauerbrecher. Und ja. Wutzauber und so. Ja jetzt ist mir doch scheißegal ey. Ich mache das jetzt auf vierfach und hier. Ja. Wäre einfach meine Königin auf level 5. Wisst ihr warum? Wegen das jetzt. So guckt euch mal die Königin. Die ist erst auf level 4. Was heißt erst? Warum habe ich die nicht auf 5 ey? Meine Fresse nicht. Guckt euch das jetzt mal an. Moment jetzt. So zwei Sterne habe ich schon mal geholt. Ich dachte erst mal drei Sterne müssten es sein. So jetzt kommt sie ja. Guckt. Jetzt kommt sie. Jetzt. Die wird angefressen. Ja. Und die stimmt so schnell. Ich könnte die wenn ich auf level 5 hätte. Die zünden aber ne. Ach Gott. Leute ne. Tut mir leid aber. Diese scheiß Bauhütte. Ja klar. 99% können ja auch passieren ne. Wegen so einer scheiß Bauhütte. Das passiert mir eigentlich auch öfters aber. Wegen diesen. Ja. Wegen diesen scheiß Update ey. Sonst wäre das einfach zweimal hintereinander unschienen. Da wäre es halt ein Unglücktier unschienen dabei. Hauptsache unschienen. Jetzt haben wir wieder verloren. Und das. Das Wichtige daran. Ich hatte so viel Bonus ne. Das hätte mir so viel geholfen mit der Queen und mit der Pokaljagd. Und ne. So Leute. Ihr seht. Alle laufen dahin ne. Und ich dachte. Das schaffste. Das schaffste ne. Und weil mein Golemverse of level 2 ist. Der Milligolem. Ja. Guckt euch das mal an. Ihr seht. Ich habe 99% Gold. Da rechts. Guckt euch das an. 99%. Fuck. Ja. Ich versteh das nicht. Unglaublich. Leute. Ich. Ich. Darf euch mal wieder von euch ganz bedien. Verabschieden. Und ja. Ihr seht. Verloren. Guckt euch jetzt mal einen Bonus an. Lächerlich. Tausend dunkles. Was soll ich damit? Oh Gott. 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 Ja. Ich hoffe das Video hat euch gefallen. Wenn ja. Lasst einen Daumen hoch da. Abonnieren nicht vergessen. Leute. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Leute. Tschüs.